Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order Der zweiten Und ja, wir sind jetzt in der ersten Folge, haben wir ein bisschen die Charaktere kennengelernt Unser guter Freund ist getötet worden Und wir sind jetzt in so einem komischen Zug oder sowas Schauen wir mal, wie es hier weitergeht Und wir haben es erst mal als Lidspiel benutzen dürfen Hey, schaut das geil aus Geile Sache Ich bin gespannt, was man da Move-mäßig alles machen kann So, ich mach mal das Bildmachtgerät an Und dann würde ich sagen, weiter geht's L1-U-18 Oh, der macht jetzt der Gäste Ja Ah, ok Kontakt bestätigt Erschieß ihn Ist da jemand? Ganz egal wer Hilfe? Was? Ok, geil, muss er jetzt in die Klappung Direkt da Oh nein Oh nein Oh nein, 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 nein Ok, hier sind wir noch Tutorial Geil 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 Kann man irgendwas lupen von denen? Wie geht das aus? Wie geht das aus? Geil wir gehen immer raus? Ja Ich hab mich stattdessen ausgeruht So bereite ich mich vor So bereitest du dich auf den Tod vor Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler Jedi, den Vormann schon Steht nicht einfach raus Mach das mal Ich wusste, das war keine gute Idee Er landet um die meisten Angriffe zu blocken Er landet um die meisten Angriffe zu blocken Es ist der Jedi Hier kommst du nicht mehr raus Jetzt sind wir alleine Jedi Komm und Kälfer Stopp oder das Ok Pairing itself Was? Zu viel für dich? Ich will sehen wie du hast das mal einfach so Es ist doch nicht so, dass du mich eliminierst Ok Ah ok Ah ok Jetzt sind sie noch die Laune und die sind ein Ok verstehe Oh Oh Du bist zu schnell Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit Kann man jetzt irgendwie unsere Decke wieder aufbinden? Oh 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 Ich muss ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Ich glaube, dass hier noch ein bisschen Einführung ist, dass man ein bisschen die Steuerung kennenlernt. Aber wir spielen ja auf der vorletzten Stufe. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Okay. Ich werde noch einmal wiederbelebt. Okay. Ich wollte eigentlich parieren. Können wir ein paar andere gebrauchen? Hä? Der E.D. ist hier! Wird er entkommen? Er wird nicht zu seinem nächsten Ziel! So, du hast dich alle aufgeschaltet! Du bist schnell! Das muss ich dir lassen! Jetzt! Okay. Ich weiß nicht, ob er irgendetwas mitnehmen kann oder so. Geh nach vorne! Halt den Zug auf! Wie gewinnst du mir nicht? Oh nein! Hochdeckung! Wir müssen den Schalzen nach vorne! Jetzt! Geh nach vorne! 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 Nein, warum fliegt denn da immer runter, Mädch? Da kann die rübergehen. Ich muss runter! Oh nein, nein, nein! Wir sind immer schön auf L2. Ich kann nur rauf. Ruf! Wir wollen helfen! Wer ist heute hier? Wetter, immer weiter! Wir holen dich sobald es geht! Aber ich glaube, wenn die Kamera sich aufgeangelt hätte, dann muss man schon mal ohne Kamera spielen, hilft nicht. Ich muss dann in der nächsten Folge reparieren. So, schau mal hier dann. So, schau mal hier. Ah, ich habe nicht mehr Ruhe. Ich brauche Verstärkung. Vielleicht noch mal. Mehr. Ob sofort ausschließlich Pferdangriffe. Bereit euch! Test ihn endlich! Was geht's? Der Zug hält. Und hier, woanders. Was? Okay. Das ist nicht los. Oh, scheiße. Komm hier rein. Okay. Festhalten! Nein! Nein! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Du kannst nicht ewig davonlaufen. Okay, das ist gut, die Hits. Okay, das ist wirklich nichts zu tun. Oh, wie sauer die Schwester. Ja, moin. Alter Schwester. Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Jundel. Und das ist mein Captain, Bree Stratus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Kel. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braka wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zur Zeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Die komische Augen? Captain, nehmen Sie Kurs auf Program. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausrufen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Okay. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir so ein bisschen um. Die Mantis Trophäe erhalten. Oh, grünes Kraut. Essen. Rotes Kraut. Das ist wie Resident Evil hier. Pippinus Blau. Jetzt schauen wir uns aber noch weiter mal hinten im Schiff um. Hier gibt es noch irgendwas zu snacken. Und sorry Leute, wegen der Kamera nochmal. Aber irgendwie hat sich die aufgehangen. Wird natürlich in der nächsten Folge wieder... Schauen wir mal, dass es natürlich wieder passt. Okay. So eine Werkbank oder sowas. So kann ich jetzt nichts machen. Okay, dann gehen wir mal vor zum Käpt'n. Schauen wir mal, was der uns zu erzählen hat. Hier ist irgendwas. Was ist denn das hier? Eine Gitarre. Ich spüre mal ein bisschen Gitarre. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister. Gerald de Paul. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kel. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Okay. Bogano. Sieht aus wie die Erde. Das ist Bogano. Sieht aus wie die Erde. Cool Sache. Er ist auf keine Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Hm. Und? Wie ist der Plan? Wir... verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Kel. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist dir jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit ihr sein. Möge die Macht mit ihr sein. Gut. Sehr ja, keine Punkte halten. Gut, Leute. Damit würde ich sagen, machen wir auch schon wieder Schluss mit der Folge hier. Und schauen natürlich gleich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Auf Bugano. Auf dem Planeten. Bin echt gespannt. Schaut auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. Und sorry nochmal wegen der Kamera. Ich schaue natürlich gleich, dass es in der nächsten Folge wieder passt. Da hat sich wahrscheinlich irgendwie das Programm aufgehangen. Aber, naja. Passiert halt mal. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Würde mich alle sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi. Oh yeah. Oh yeah Untertitelung des ZDF, 2020